ja allialloo liebe leute und willkommen zu einem neuen Part Part of the Elements mit dabei ist der Naiti Hallo und wir dürfen jetzt Erze abbauen können ja wir hatten leider ein kleines technisches Problem gehabt mit einem Mod der sich da gedacht hat, ne ihr dürft nicht abbauen und jetzt soll es funktionieren, wir haben den Mod rausgenommen und jetzt gucken wir mal ob es funktioniert, ich habe doch hier hinten irgendwo eine fette Höhle gefunden und beim Testen, weil ich bin warte ich muss kurz auslösen und zwar wir können das ModPay nur auf dem Server spielen, weil das ModPay funktioniert aber auch nicht äh das ModPay nicht ach Kohle bekommen ähm bin ich einmal eiskalt verreckt, weil mich irgend so ein OP-Viecher angegriffen wird ok das ist man kommt, kann nicht an den Beton und deswegen fehlen mir halt Lappen was sind wir hier? Osmium, kann man Osmium abbauen? nein, Osmium kann man nicht abbauen ne ich glaube Osmium geht mit Eisenspitze aber sagen mit Eisenspitze wäre ich mal dafür so aber jetzt erstmal wieder hier hoch und ähm ich habe mir überlegt, wie man kann zwischen uns beiden, ja, ist denn nur dieser Fluss und diese See, ne? wenn wir in der Mitte da irgendwie unsere Smeltery hinbauen, was hältst du davon? die Smeltery steht leider bei mir schon ja toll hab ich schon mal ne coole Idee gehabt und dann nö steht schon ja toll ja, ja, geh weg du komisches Feenvieh ja, komm, 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 kann ich schon, kann ich schon machen oder wir machen irgendwie ein schnelles Verbindungssystem zwischen uns aber ich glaube da brauchen wir noch ein bisschen für ja ich denke auch, ich denke auch, so ja, können wir, können wir schon machen ne, da hinten war Kohle ja, erstmal wieder die Standard-Sachen von Minecraft, ne? ja, ja, Kohle und so übliche Kohle, Eisen, etc. und diese Feen hier killen, die mich die ganze Zeit nerven ok, jetzt nochmal da wollte ich hier reintun stimmt, deswegen habe ich hier Kohle gebrannt, dass ich endlich was scheiße in einem Ofen und bauen kann ich glaube, ich werde hier als erstes auf ein ME-Ding gehen wäre er vielleicht nicht das Schlechteste, da gebe ich dir recht, ja Kopfer, äh, Kopfer, was? Kopfer? natürlich, Kopfer ähm, Gehirn denkt nach und ich wollte jetzt einfach mal das Ding, ich wollte jetzt einfach mal diesen Store meiner Austesten, glaube der jetzt auch Scheider abbaut und dann noch kommst du mal, warum? wäre zumindest, äh, einfach, sag ich das mal so, gucken ob wir es auch mit der oh ja, ok, das funktioniert auch mit der, äh, Dingensacke äh, nicht mit der Paxel äh, nicht mit der Paxel genau, mit der Paxel perfekt Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle ach, toll, du kannst ja nicht mit nein, wir wollen jetzt nicht krong nachmachen, vergiss es auf jeden Fall jetzt kann man, kann man wenigstens, das Kupfer sieht komisch aus wie bist du bei mir manchmal abgehakt? was denn? ich? ja, keine Ahnung, kann sein muss mal gucken, ist es das geht schon gehts wieder mal ein bisschen runtersetzen ja, cool ok, jetzt dieses nutze ich gleich, so habe ich jetzt schon Eisen das war ja, wenn ich mal ganz kurz ein falsches, äh, kein Bild gehabt hatte das war einfach, lag eigentlich gerade daran, dass ich, äh, mal kurz aus dem Vollbildschirm raus bin und, ja und Eisen ne, gut dann schlafe ich mal für uns beide genau, mach mal dann passt das auch, dann kommt ein bisschen Kohle ein ja, ich benutze dieses mein Ding, weil ich es eh schon gemacht habe ja, ich habe es auch gemacht, aber ich mache jetzt erstmal ich gucke jetzt erstmal, dass ich ein bisschen so an Rohstoffe komme ich weiß auch nicht genau, wo ich es hinstelle, muss doch gucken ok ich brauche für mein, für mein man braucht doch für eine ME-Ding braucht man doch eigentlich 1000 ME-Ding und das Terminal mal zu gucken, was du dafür brauchst, ne äh, und das Terminal, gell und halt dann noch eine Festplatte und dann Festplatten ja, die Festplatten werden, wo das größte Problem darstellen, meine ich äh, also gehe ich davon aus du kannst ja mal gucken, was du da bist, äh du kannst ja mal gucken, was du da bist, äh äh ich habe schon geguckt äh klemmen san was not ready need für was ist das jetzt warum brauchst du unbedingt koppel zu laufen äh ich hab, ich hab ne Muschel gefunden, lol ok ok mein Inital ist zu voll ich muss mein Inital jetzt auslegen ja, das muss ich auch erst mal machen ich hab keinen Platz mehr oh meine Oak Oak ist ge- mein Oak Oak Tree äh mein Dark Oak ist ge- gewachsen mhm so, das da jetzt mal in meine kleine Höhle und guck, ob ich da was finde so, Mary, kann ich das abbauen? cool ähm so oh oh das klingt Riterslam ist wie mein Lava ja ähm sind die NPCs, die wir hier so hast oh, mein Sound ist wieder mal nicht da, warte so geht mal ja, was denn? ok, jetzt bist du wieder da, mein Ingame Sound war grad grad wieder weg ok 0 so ich hab'n kleines Platz wo ich irgendwie hier äh ok gucken wir mal hier oben da ist mein Chinkas-Gedönse ok mach mal nein nö, 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 was? ich tue die ganze Zeit so viel hier die Namen nö eigentlich müssten wir äh ne Schweigeminute für unseren netten Herren äh von Nintendo einlegen aber ich kann den Namen hier auch nie merken, ja, ja, ja schade, er war nur 55 Jahre alt, hm das ist äh kein Alter eigentlich das das was mich am meisten eigentlich aufregt ich bin ja eigentlich schon recht in Nintendo fällen da ist so viele darüber schreiben und 20% sind davon einfach null äh einfach null was? du hast grad voll abgehakt bei mir ähm dass 20% oder so viele Menschen überschreiben oh, das ist so schade, dass er tot ist und die meisten einfach nicht mehr wissen, was dir so gemacht hat ja, stimmt das find ich halt ein bisschen, find ich, sowas find ich halt immer blöd äh erkennt man halt nicht und schreibt dann trotzdem, ja, Wrestling Peaks und so das ganze Zeug ja, ja, das ist das Schwachsinn eigentlich, ja, da gebe ich dir recht, das ist klar ähm kommt, Nika, kommt zumindest grad zuvor so, ja, nicht bloß einbinden kann sein kann sein kann sein soo, wir gucken jetzt mal äh leuchte mal hier war doch irgendwo ach, da oben ähm ähm okay ich glaube, ich werde gucken, dass ich mir ähm schnellstmöglich einen Tinkersummer mache damit ich besser äh kann es dann auch zu bauen, oder? ja, ja, das auch und um äh, halt meine äh meinen Keller auszuheben äh äh ja, dafür werde ich wahrscheinlich einen Turtle benutzen ja, gut ähm du müsst hier aber erstmal in Witzung kommen ach, das soll das geringste Problem sein, denk ich doch mal, oder? ja ich hab, ich hab bloß hier keine kleine Höhle in meiner Nähe, deswegen muss ich mich erstmal eine suchen ach, du bist schon wieder fähig, geh mal weg jetzt hier weg mit dir ja Gott, ist die Holzpaxel am Sanker und Baumord bauen jo ähm ich höre Skelettor na toll, ich bin gestorben ja nicht so geil ja da waren einfach zu viele Skelete gerade weiß halt was hier solange du das Zeug wieder findest passt ja das sollte das geringste Problem sein mein im Winter meine Trüben sind sofort das kann ich mir mal ne Eisenspielzeuge machen ja, ja, blödes verkacktes Skelett äh das kann ich mir mal ne Eisenspielzeuge machen ja, ja, blödes verkacktes Skelett äh ich nehme mich jetzt erstmal ein bisschen meinen ja versuche ich es eigentlich auch gerade zu machen aber nette kleine Skelettor sagt nein, du darfst nicht meinen gehen Arschloch stimmt, ich wollte noch mal gucken Seriously? jetzt geht fast fast fast, ja ok Woffen, Pilz, die ja Eisen? keine Ahnung aber die muss noch aus dem Holz machen, das mir fällt es gar nicht mehr ein stimmt, ich wollte mir meine Spielzeuge kaufen ich habe auch einen Iron Ingep bekommen dann würde ich mir ein Backpack machen dann würde ich mir ein Backpack machen wenn die Leder droppen würden weil ich eh so viele Pilzgeöre hier habe doch eh nur ne, so viele Pilzgeöre sind sogar ich glaube die droppen nur Pilze ich glaube die droppen nur Pilze aber doch die droppen Leder, das ist super und noch eine alter Alter hat der Jeep entwegen ja nur weil ich nur weil ich Kühe abschlachte ich kannste es wagen ich habe so viele Kühe hier da kann ich ein paar töten aber die wollen gerade kein Leder mit droppen doch Leder so muss ich jetzt und dann habe ich schon mal ein Backpack kann ich ein bisschen mehr mitnehmen ja, das ist so, den Grinder stelle ich mal hier in die Ecke da hinten ist noch ein Dörf ich habe mir immer noch nicht meine Mapbeine gebracht da hinten ist noch ein Dörf da hinten ist noch ein Dörf neben dem Haus ist noch mal ein Dörf das ist schon was ist denn das? Wisp? Wisp okay ich finde ich finde die die Biom-Generation von bei uns sind die so geil ja, das ist alles ja Tritonium zwischen Tritonium bei mir hat's grad bei mir hat's grad du-du-du-du-du-du-du-du gemacht warum? wahrscheinlich weil irgendwas weil irgendwas gedroppt ist bzw. irgendwelche Secret Rooms irgendwie in deiner Ecke waren von Zelda muss doch gucken ob irgendwo Gegenchen auf dem Boden liegen Watt am Boden liegt? Gegenstände Gegenstände? ne ich hab nix gefunden ja wenn das Dörf macht muss es aber eigentlich sein ja das ist wieder so ein Gossip Stone ja aber ich hab keine Ahnung wie find die Flüsse denn sogar generiert von Bayern so Kinky die einfach so richtig fließen wie kann man die range von dem Miner increaseen äh hey warum der geht doch bis 64 runter also ich glaub mal dort wo der ansetzt bis zur 0 geht runter wo tut er das nicht nein da ging bei mir grad nur bis 50 runter ok du hast du hast doch Cabels dann reingetan und ne Spitzhacke und ne Scharfe oder? ja ist korrekt und Treibstoff ja natürlich ok dann weiß ich nicht ok ich hab keine Ahnung für was ich das L's brauch aber ich werd's wahrscheinlich brauchen was denn? äh Emmery oder so ok gut das kann ich mit 1 abbauen ok gut bei der Eisen ich würd sagen es steht da noch oben yes du kannst es abbauen Multiplicy range ah ok ich seh grad wooden upgrade stone upgrade iron upgrade kann man das upgrade oder wie? jaja warte ich guck grad so ach scheiße oh das dafür brauch ich redstone yeah ok musst du schlafen? ja kann ich machen hatte den kann ich doch mit Eisen abbauen boah das mit dem S muss nur einer schlafen ist so der schöne Mod auf jeden Fall aber ich glaub die 50% vom Server mussten schlafen dann geht's wenn wir zu zweit spielen dann hab ich hier eine ja genau ok nicht angezogen ähm es gibt so viel Zeug ja ok das wollen wir auch grad noch zum abbauen da hab ich mich grad verblind ich hab mich mal ein bisschen mit dem Meta Overdrive Mod befasst der ist eigentlich ganz cool da kann man ein Cyborg werden oh wow warum würde ich ein Cyborg werden? ich weiß noch äh ich hab die Secret Stone von Zelda Sword Skills gefunden ja wie komm ich da rein? Bombe oder? sehr wahrscheinlich ja ok hätte ich jetzt eine Map würde ich mir dann einen Daypoint machen mit TNT geht das nicht oder? äh nein geht das mit TNT? ich glaube nicht wir sollen ein paar Jars einfach kaputt kloppen achso stimmt da können ja Bomben raus droppen da können Bomben raus droppen das kann aber das dauert aber es ist halt relativ viel bringt die Schamste wenn sie raus droppen ja aber es besser ist die irgendwie sonst irgendwie zu bekommen so äh wo Clay Jars oder so? na erstmal die Äpfelfarm hier äh ok sind das Äpfel? ja nein das war nicht mein Handy nein immer zur falschen Zeit gell? ja aber es war ja nicht so laut äh nö ok Zombie mit Schwert und fetter Rüstung ja 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 das Ding hat 19 Rüstungspunkte kommt vor so irgendwas cooles gedorben nein den Paffel machen da hab ich noch was da hab ich noch ähm da hab ich noch was ähm vor dem schwarzen Loch erstmal nicht aber ich glaub nicht glaub wirklich nicht und wenn ich bin im Pilzbium ich glaub nicht dass das das übernimmt das übernimmt jeden Block jeden ja cool ok der Zunge wird das Herz einsammelt was soll ich eh aus so einer Basis grad ne Erzgebrockten und die Zunge hat das eingesammelt weil in der Höhle die sind grad war so ein Glück gerade gehabt schwein gib mit dein Beef Alter ich will dein so nahe hin und kannst du dir nicht locken wohin träumst du mensch ja der war grad so ein typi der hatte ähm Ding auch war der mein Mann die ich in den Kräften zu langsam Dank Zelda SwapSkills gibt's ja auch Corona übrigens äh richtig cool ohne Dekonus Haltrand die Haltrande ist ein Sauger von den Vasen ja das stimmt oh ja auch mehr Kohle nehme ich gerne mit ok bitte abbauen das ist so los wie einfach die ganze Zeit über den Namen in den Wänden zu sehen was für Dinger Namen in den Wänden zu sehen ja das ist sehr äh amüsant hallo Triade ich greif dich nicht an was zu vergeben Alter doch was hab ich grad zu schrauben bekommen Death Attack Blackheart I don't know glaub das ist ach so weiß ich nicht hast du äh und links du kannst manchmal wenn du irgendwas abbaust oder killst willst du unten links nochmal so Herzen anzeigen nö bei mir nicht ja die musst du manchmal aufsammeln grad hab ich halt ich hab grad 0,5 blaue Herzen und 2,5 schwarze Herzen und ich glaub nur dass die von irgendwas kommt was bisschen mit Binding of Isaac zu tun hat bei dem mich grad gehauen hat das Viech und ich glaub dadurch an den schwarzen Herz verreckt ist ok interessant ist reine Spekulation ich hör lava ja weil ich halt den Binding of Weiß und auch schwarze Herzen ja ja natürlich klar ok Zinn hallo und meine Eisenspezialgeschirrf ist kaputt ich bin auch nicht mal tief ok hier war nix ach ja ich freu mich wieder mein kopf zu spielen man ja der hammer die diese modpack ist einfach nur geil ja jetzt aber das mit da war das das mit der Kohle halt äh gefixt haben soll ich jetzt mal das ist noch cooler ja das war halt letztens ein bisschen blöd dass wir jetzt halt einfach nicht abbauen ich kann auch mit dem abbauen cool ich kann ja auch wenn ich mit einem Eisenspezialgeschirrf kann ich das auch abbauen ne ich hab ein Standbild Spitzialgeschirrf noch wow ich hab grad ein Standbild das ist immer schlecht oh ok wir da doch bleibt dann ist gut und wie kohle gerade finde es so wahnsinnig ach ja ich auch und ich finde gerade auch sich die Schöpfleisen ne eisen habe ich gerade noch nicht so viel da verbraucht mir ich bin und auch Aluminium aber auch Aluminiumbras auf jeden Fall ja Kupfer finde ich Kupfer gibt eh so viele Arten ja das ist irre vor allem dieses komisches Craziness aussehen eisen, salz, eisen, salz eisen, salz ja ja ich werde jetzt die die Spitzialgeschirrf kaputt machen und dann werde ich schon zurück gehen die Smelter erst mal fertig machen damit ich das verdoppeln kann ja auf jeden Fall sinnvoll also der Orspawn hier ist echt cool ja die sind hier bisschen achso Orspawn also die ich dachte gerade du meinst die Barry äh Barry weiß das ich bin gerade irgendwie ein bisschen Kopf hier irgendwie ein bisschen neben mir ja das kenne ich irgendwie ja jetzt die Spitz gut was hast du hier Kupfer also das coole ist meine Höhle hat meine Mine hat eigentlich keinen kleinen Eingang war so ein Bodenloch die werden ja manchmal generiert ich bin gerade inkompetent ja das ist gerade irgendwie sehr interessant so ähm mehr Kohle für mich juhu ich brauche mich jetzt hoch weil ich es einfach nicht hin kriege eine Treppe da hinzunehmen ich kriege es auch nicht hin mich hoch zu bauen was die Kohle hier einfach rumliegt das ist sehr Wahnsinn da oben ausgehoben okay kann ich nicht einsammeln ja auch kann ich einsammeln cool aber auch nicht dagegen wenn es viel Kohle gibt ne stimmt Kohle braucht man immer irgendwo ne hab ich noch kaputt was denn auch nicht auch nicht auch nicht wo da hat der Creeper gerade mit mir getan ich war in der Höhle gerade ich war in der Höhle gerade der hat sich hochzeleportiert was für ein cooler Creeper äh kenne ich diesen Zeitpunkt gut da wäre sogar Lava schon ja ich habe auch schon Lava gefunden da kam der Creeper hat bumm gemacht und jetzt bin ich irgendwo um nirgendwo wo wenn ich wo bin ich denn überhaupt kann ich dir nicht sagen okay ich glaube der TP dich bloß entweder nach oben oder nach unten wo 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 was blöde aber die eigentlich echt klar hier ja wenn ich denke wie das bei da ja 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 und ich habe ich habe hier nicht mehr die Spawnrate runter gesetzt gell das ist interessant oh mein Gott hast du es auch gerade gelesen oh mein Gott schnell in dein Haus mach nichts mehr lass alles stehen und liegen und geh einfach nur in dein Haus Blutmond ist das schlimmste was uns jetzt passieren kann kann man da schlafen wir im Blutmond nein die nein ich weiß nicht aus welchem Motto es ist auf jeden Fall kannst du nicht schlafen während des Blutmondes und es kommen mega ekelhafte Viecher das kann ich schon übertragen ich probere trotzdem noch schnell in der Pilzku oder sie mein Essen aufwenden ok gut passt aber es sieht mega geil aus oh zum Himmel ist meine ich fühl mein Haus grad nicht mehr scheiße ich bin ja in meinem Haus ja ich bin auch in meinem Haus das ist irgendwie das ist irgendwie Otafee könntest du mal aufhören dein komisches Zeug zu schießen bitte hm also ich brauch ne oh lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe da ist es einmal ein Smeltinger Control daaaah hallo Creeper was geht ab alles ok was war das gerade warum war ich grad so wenn ich Smeltinger Control dann brauch ich auf jeden Fall einmal we'll nein nananen Fack fuck 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 und lass mich alle in Ruhe lass mich alle in Ruher ich muss hier weck ich muss hier weck ich muss hier weck ich muss hier weck Jalala lalala 学 so schlimm ja au ich bin tot du lebst aber noch ja nicht mehr lange ich will mir das aber irgendwie angucken der ist dem Platz und jetzt bist du tot hr sag ich das am Blut nun oder nicht? ich kann nix machen gerade ich muss eigentlich ich geh nach oben auf mein Dachboden ich will nix mit dem zu tun haben hier ich geh da ja freiwillig jetzt raus ja, ich mach's beim sterben das sieht man richtig, richtig geil aus aussehen tut auf jeden Fall geil aber äh ja wollen wir so viele Viecher ja, nicht nur viele Viecher sondern auch eklige Filet mal ein Zombiespinnen und da hinten sind komische Viecher ich hab dich gewarnt äh, bist jetzt silbischer ich bin ja eigentlich nur um mein Haus rum weil ich kann ja nicht laufen alter, was leuchtet da ach, das ist lust äh, oh Benji mit 78 HP viel Spaß damit das Viecher hat 78 HP alter ist oben ist so ein fette Typ mit so einem fetten Schwert was soll das was Rusty Leather Rusty Leather ja das sind von dem Dorf na ok wo du auch die Rusty was hier doch machen kannst du die wo ich dieses Video kriege ich hab vor uns machen oh man, ich bleib meinem Haus und warte was, du bist von einem hohen Place gefallen da war so komisch, wie ich das sie ist, title, selda, irgendetwas hatte so ein fette Schwert hat mich einmal geschlagen, ich behaupte von Binningberg runtergefallen ups nein, nicht richtig aber ist ja Gott sei Dank wir haben ja diesen netten kleinen äh Grabsteinsmod drauf ja, der nicht wäre unter anderem und wir haben noch einen coolen Mod drauf da müssen wir uns mal auf die Suche übergeben dass wir irgendwo es gibt so ein random generated äh also einen zufallsgenerierten ähm ähm naja das Friedhof wo du halt ähm einen Schlüssel finden kannst und mit einer Krypta und so weiter das ist richtig, richtig cool einfach ok und wenn du den Mod reingetan hast das weiß ich jetzt nicht ja, ja, ja wie erklär ich schon, ist ja doch ok also Jewelcraft ist auch sauinteressant ah, Spinny, was geht ab, Spinny? oh, fack, 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 okay, was sollt ihr denn bitte? oh, ok ähm ich will mir das Ding will ich mir ziemlich früh kraften, weil das saugeil ist den Digital Miner ja aber schon schon ein bisschen teuer ah gut ich bin irgendwie blöd, dass man das irgendwie irgendwie nicht sehen kann Alter, ich hab ein fettes Problem, lass mich in dein Haus rein, bitte Bubi ja, dann gehen wir in dein Haus rein ja, sagst du so einfach, ich hab so ein paar Sachen hinter mir und du regenerierst kein Leben während des Blutmonds, das hat herzlichen Glückwunsch nicht, bist du nicht da oben, oder hast du, weil du einen roten Namen hast? keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall, viele, viele Leute, die hinter mir her sind warum bist du auch überhaupt rausgegangen? retten, retten das Haus, retten, ja, weil ich eigentlich die Spinnen wegmachen wollte, wusste aber nicht, dass so viele Leute um mein Haus rum sind und so, ich hab grad mein Lut wieder geholt naja, das mach ich nachher, wenn da Blutmonds vorbei ist und ich werd der bei Vasen werden dich wegrennen boah, bist du ein Nessi, Mann boah, bist du ein Nessi, Mann das ist das Schlimme in dir aber richtig, gell ja klartiert ich brauche es nochmal, ja das ist was noch vor der Türe ist, ist nix tolles ach, das schau euch gleich so, om, 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 om ups, hat er äh, wie lange nehmen wir eigentlich mit der Falle mal auf ich glaub zu lang also wirklich zu lang, 20 Minuten oder so easy get back, noob ja, komm mal raus und beenden die Folge gute Idee der Name ist einfach mal rot 31 Minuten upsala oh man ja, liebe Leute, würd ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn wir wieder einschalten ist ja egal, ihr wisst was ich meine bis dann, bye 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 Bye